Juhu und willkommen zu einem weiteren Gameplay von Tambo the Badass Elephant. Wir sind jetzt auf der letzten Insel und spielen dagegen die bösen Anführer, der eigentlich von unseren Leuten irgendwie geklappt wird oder sie nicht. Keine Ahnung, ich weiß echt, das ist mir echt so kompliziert. Oh mein Gott, das ist ja jetzt schon ein Assi-Sprung. Wie komme ich denn da hin? Warte, wollen die denn? Oh, wobei, das ist bestimmt so... Boah, nicht so. Oh, fuck, was du mich? Ey, das war sogar intuitiv fast richtig, ja. So, aber wenn wir jetzt weiter... Oh, boah, was zum Fehl. Ich schaffe das. Ah, auf. Ah. Boah, oh mein Gott, jetzt fliegt ihr auch noch... Oh mein Gott, stress mich halt noch mehr. Jetzt fliegt ihr auch noch so Zeug runter. Ja, ich werde euch alle kaputt. Interessiert mich im Dreck. Oh, fuck. Oh, boah, Hilfe. Jetzt will ich ja nur voll... Komm mal, Assi-Kinds. Okay, mhm, ja, okay, okay. Aha, ja, na komm, scheiß drauf, bye. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Oh, natürlich fliege ich wie immer da rein. Wäre ja auch sonst so schön gewesen, nicht wahr? Ah, ah. Okay, bye. Und du Blöder. Du hast mir weh getan, du wirst sterben. Dich hau ich sogar zweimal um. Oh, was ist das alles? Ich hab... Ah, keine Ahnung. Das wäre eigentlich auch egal. Ah. Dieses Geräusch... Es ist wohl gar keine Luft mehr da, um mich zu erschrecken. Und ich wollte ich erst recht nicht. Und dich wollte ich gar nicht. Dich hasse ich immer noch. Ich bin super nachtragend. Ich brauche mich nicht. Gib mir das. Hä? Oh, Mann, ey. Immer dieselbe Scheiße. Und jetzt fliegt mir das auch noch auf den Kopf. Und guck mal, da sitzt ganz vorne so eine Oma, die steuert den Elefanten. Deswegen bin ich so schlecht. Hat nichts mit mir zu tun. Hm. Nee. Ja. Oh, mein Gott. Was hab ich gerade gemacht? Ich hab mich... Ob was? Ich wusste gar nicht, das geht. Guck mal, wie cool das aussieht. Oh, mein Gott. Warum sagt mir das niemand? Geil. Dann wäre ich natürlich die ganze Zeit über viel besser gewesen. Ah, warum stelle ich mich so dumm an, ey? Okay, ich krieg erstmal wieder nicht geschissen und ich bin gleich tot. Das ist voll blöde. Ah, was zur Hölle. Dann mach ich Boom. Und dann mach ich Bouncy. Und du sagst Bouncy. Boom. Oh Gott, was zur Hölle. Okay. Boah. Habt ihr das gesehen? Hör mal, wie viel Assigog kann das eigentlich noch werden? Renn einfach durch. Ist mir alles scheißegal. Ah, was ist... Ah, ich war noch nicht getroffen. Mhm. Ja, ja. Da ist das Ziel. Ist mir alles scheißegal. Ich geh einfach weiter. Ich hab ganz viele Menschen geholt. Ich hab ein paar Typen getötet. Der Rest ist mir so egal. Und ich hab die Oma gerettet. Die Oma wird mir ewig dankbar sein. Die verehrt mir ihr ganzes Geld. Dann brauch ich die ganzen anderen Typen echt nicht mehr. Dann kann ich die Bösewicht auch so besiegen. Weil dann kaufe ich mir eine richtig fettgeile Armee. Und dann müssen wir das Spiel nicht mehr spielen. Und das nur, weil ich die Oma gerettet habe. Mhm. Mann, ey. Ich flieg doch immer da rein. Da, schon wieder. Mhm. Wäre auch sonst echt zu wiesig gewesen. Oh, Mann, ey. Hör mal. Ich bewege mich so nicht mal und werde trotzdem getroffen. Oh. Oh. Ich hasse es. Oh. Ha. Ha. Ich muss mit meinen kleinen Elefantenfüßen doch darüber kommen. Hä? Ja, schießt er. Hä? Ich warte. Und Pups. Oh Gott. Fast in die Explosionen reingefallen. Aber nur fast. War ja kurz davor. Alles über. Hilfe. Ah, bist du blöde. Was ist denn? Ja, nicht nix. Jetzt kommst du schon rein. Jetzt sag doch. Ha. Hüpf. Oh. Da. Ah. So fett auf den Ass. Komm her. Gib dir auf den Ass. Springst du jetzt wieder? Ja. Und dann kriegst du auf den Ass. Ha. 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 Der muss nur noch einmal getroffen werden auf seinen ferten Booty. Oh. Guck hier. Easy get rekt. Habe ich doch recht gesagt. Ich hoffe. Ja, natürlich. Da schießt du ein Ding und ich renne mal wieder genau rein. Wie schafft man das immer, genau dieses Ding zu treffen? Was ist in dem hohen Gras? Vielleicht ein Pokémon. Das ist ja auch von dem Pokémon-Team entwickelt. Also von Game Freak. Mhm. Und schon wieder dieses Ding. Oh. Oh. Ja. Ja. Der Rest interessiert mich. Fick. Oh ja. Und renne natürlich direkt da rein. Jedes Mal dasselbe. Oh. Mann. Red mich das auf. Nein. Oh. Und noch diese. Also ich hasse es. Ich hasse dieses Ding so sehr. Okay. Jo. Komm mit deiner Scheiße. Nein. Oh. Mann. Ey. Das ist doch nicht wahr. Mann. Wie soll ich das denn machen? Wenn er mich so in die Ecke drückt. Dieses Arschkind. Was ist so? Ich war weg da. Da. Guck mal. Habe ich schon viel besser geschafft. Auch wenn ich jetzt keinen von den Typen da mitgenommen habe. Ich sollte einfach nichts sagen. Okay. Gib mir. Ja. Den Sprung. Mhm. Komm her. Ich hasse dich. Ja. Ich stehe dazwischen zum ersten Mal in meinem Leben. Ich glaube ich sollte echt nichts sagen. Ich sollte einfach nichts sagen. Nie mehr. Oh. Boah. War das knapp. Oh mein Gott. Danke. Auf den Ass. Ja. Komm her. Mhm. Ist mir scheißegal. Du bist tot. Mehr interessiert mich nicht. Boah. Wenn ich jetzt. Ha. Was ist bitter. Ich wollte ganz sagen. Wenn ich an diesem Typ nicht vorbeigehe. Und da lache ich mich aus. Ganzhaft. Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Habe ich richtig Bock drauf. Mega. Oh mein Gott. Finally. Ey. Ich bin zweimal K.O. gegangen. Bevor ich diese Scheiße geschafft habe. Das ist doch nicht normal. Boah. Ja. Oh Gott. Ich schiebe den einfach weg. So. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh fuck. Auch noch so ein dummes Ding. Ne. Okay. Ja. Mach. Ich warte. Oh fuck you. Ganz ehrlich. War es so. War es zur Hölle. Okay. Den kriegt man. Ja. Der teleportiert sich halt auch noch. Läuft bei dem. Vor allem bin ich danach schon wieder tot. Aber warte. Wir haben hier eigentlich schon relativ viel geschafft. Das ist schon ganz nett. Oh fuck. Ja. War es ernsthaft. War es. Erster Versuch. Schwierigster Roboter. Wahrscheinlich der letzte. Ja. Der letzte. Der letzte. Auf Anhieb geschafft. Was. Ja. Läuft. Auf jeden Fall. Vorher so. Ne. Die einfacheren. Kriegst du echt nicht gebacken. Brauchst du echt eine halbe Stunde für. Und bei der anderen Scheiße so. Hm. First try. Easy. Get. Facked. Ja. Jetzt kommt erst der Hauptboss. Weil vorher war es ja noch nicht schwer genug. Mhm. Oh. Geschafft. Oh nein. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Zu einfach. Ja. Klar. Ey. Boah. Das sieht ja schon ekelhaft aus. Ich weiß auch wie der Disco Ball voll Kacke war als Bossgegner. Der war ja schon widerlich. Vielleicht ist der ja jetzt einfach gleich. Uh. Der heiße Adonis-Typ ist sexy boy. Was bitte? Was bitte? Hä? Aber der macht doch keine anderen Formen. Das ist es doch. Ich verstehe nicht, wo ich den jetzt angreifen soll. Also wo der Treffpunkt jetzt sein soll. Hä? Ich hätte jetzt gedacht in der Handfläche. Aber da komme ich überhaupt nicht hin. Hä? Wisst ihr was? Wir machen einfach ein separates Video. Wahrscheinlich dauert das an sich schon so lange, weil ich die ganze Zeit rumfahle, dass wir damit ein ganzes Video füllen können. Wenn nicht, dann wird es halt einfach der Wow, yeah, Bosskampf, Einzelvideo, super special und so. Whatever. Also danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne was in die Kommis. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim Endkampf. Also bis dann. Bye, bye, schau, kam rein.